recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mit knolle spielt hallo und das ganze natürlich auf dem damak server beim kathedrale bauen genau wir suchen allerdings keine kathedrale sondern dunkles eichenholz und wir haben schwierigkeiten das zu finden ich glaube jetzt wieso im kreis gelaufen hier schon wieder die baumfarm ja ich werde aber auch noch einmal zur baumfarm gehen und werde da ein schild aufstellen dass das da richtenholz ist okay das fehlt er noch okay ja wirken holt hier ist eine eisenbahn so wie wir schon lang gegangen eben in letzten folge das sieht bestimmt aus in der mitte einfach einsteigen steht da karussell oder was der stamm in der mitte ist bestimmt eichenholz dark entsteht autoscooter von hslp weg kann nach belieben geändert werden okay ja das bild ist von mir das bild schild oder was und wer steht auf dem schild hier da mal hi da mal hier deine achterbahn ok da mal nach der bahn gekriegt ja ich bin damit schon gefahren okay ich sehe keine lore aber egal wo ich jetzt auch nicht die sonne geht unter und irgendwie ein eichenholz dunkel und werde es in diese richtung hier gehen das war wahrscheinlich wieder eichenholz aber nicht dunkel so ein shit aber auch hier ist die förderin waren ja runter gefallen schade zwei herzen verloren ja pferde rennbahnen da müssen wir noch weiter vorbei ne so krediterale oder ja und wenn wir uns ein bisschen rechts halten vielleicht finden wir da noch eichenholz gibt es denn eichenholz die setzlinge bei damen ich würde nicht sagen davon ist irgendwas nervös so ok ein dorf rechts ne das licht da oder ist das licht oder es ist noch was anders das ist glaube ich was anderes auch einfach wo ich bin keine ahnung ich bin da wo wir gestaltet haben so ungefähr bei der kathedrale oder was ne 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 ja wie hieß es beim fuchsbau und so ok jetzt hängt es aber ganz schön an zu ok das ist hier eine u-bahnstation wahrscheinlich ne u1 höllenstation alles klar ich fahr mal mit der u-bahnbahn woanders hin wo sind jeder bahnsteig da fahrkarte habe ich gelöst jetzt wird mein wagen weg shit ohne mich so ein stück aber auch ich neun und wieder fahrkarte lösen ich glaube hier ist kein ding kein dunkle eiche wie steige ich denn den dingen sein in die dora noch mal oder so rechts klick rechts klick ja so jetzt war ich da lang ok schauen wo es hingeht ne lauter lampen an der decke waren wir schon immer ja sieht so aus als ob direkt auf lava zu fahren würde nicht so eine gute idee da hinten ist wirklich so hell am leuchten aber er wie ich zum glück vorher ab aber weiter geht es da hinten zu lava aber davor wäre einer abzweigung ok zu den gleisen keine ahnung was das heißt blumenwolle lagerraum blumenwolle lagerraum brauchen wir nicht ich glaube da war ich schon mal oder oder ich glaube da ist auch eine farm bin ich jetzt im kreis gefahren oder was gibt es doch gar nicht oder ja irgendwie wird es heute mit holz nichts mehr ich weiß gar nicht was hier ist richtung hölle aber ich glaube da geht es unten dann irgendwo weiter ich habe ein geheimnis lager gefunden echt ja aber nicht mit dark oak oder ne ich glaube nicht gestaltet sich etwas schwierig heute ich bin ich hier denn richtig als kitchen brad hier in den steaks ofen kartoffeln voll cool ja gucken wir mal was da draußen los ist ne wo mitten in der wüste ja da bin ich auch losgefahren oder toll ja das ist schwierig ich weiß noch nicht wo ich hin könnte damit ich eventuell was finde tja ja hier gibt es irgendwie den plan den elektroplan von der ganzen geschichte her so kommen da denn immer kommen die idee von unten kommen die wagen sind unten geparkt kann er sein ich weiß nicht wo ich jetzt drauf gedrückt habe und wo der hin fährt aber ich hoffe die richtige richtung jetzt überfall ich da mal persönliches lager ok ich glaube da fahre ich jetzt hin bin mir aber nicht ganz sicher da war links rechts bin ich noch nicht vorbeigekommen heute ja ich glaube ich war jetzt direkt in die stadt nein hier ist auch nichts ok strand balkonien höllen station balkonien interessant so jetzt gehe ich erstmal hoch gucken wo ich hier bin aber das ist glaubt das zentrum oder wo eins abfahrt ja sieht danach aus da war der plan genau da ist auch noch keiner weiter gemacht oder ja dann würde ich mal sagen gehe ich mal grad zu meinem brunnen anhänger ne ich komme doch mit mir hin ach da bist du ja ach da bist du da waren auch bäume aber bestimmt nicht die richtigen ne ich glaube nicht ich glaube nicht einmal Delfin spielen und dann bin ich hier ich komme nicht mehr hoch springen muss ich drücken ne aber irgendwie springt der grad nicht aber jetzt geht's shit halt nicht schwimmer komm schon raus da gut ja wohnwagen aber nix drin ne nix drin dann ist hier bestimmt eichenholz dark ne aber hier die bäume die sehen doch so aus als ob welche sein könnten oder das sind glaube ich welche das sieht ganz danach aus ach fichtenholz schade ne guck mal was das hier für ein baum ist der ist dark oak kriegen wir auch setzlinge das ist viel wichtiger na lauf mir doch nicht den Weg kriegen wir da die blätter dann kommen die setzlinge oder wie war das ne mhm ich weiß nicht ob der makisch das recht ist dass wir hier den baum abbauen aber wir brauchen ihn deswegen würde ich auch gerne einen neuen pflanzen das ist auch einer nenne ist zu hell der ist zu hell aber dieser hier nimmer der ist glaube ich auch dunkel oder nein halt stopp was denn es ist fichte das hier echt ja sammeln mal da unten du bist auf da ist ein setzling das ist nachher despawned da ist ein setzling ich habe ein setzling ja dunkle eiche ich weiß es noch nicht akaziensetzling fichtensetzling eichensetzling die frage eichensetzling ob der eichensetzling der richtige setzling ist ne da ist eine runtergefallen schwarzeichensetzling habe ich gekriegt ja das ist der dann und nur einer aus dem ganzen blätterwerk oder was da oben ist noch welche kommen wir da noch schnell hin das ist die frage das geht ja weg die die spawnen gerade ruhig bleiben warum machst du es weg weil die alle runter kommen achso dann fallen die setzlinge auch runter oder was ja genau die können nicht spielen achso ich dachte die müssten abgehackt werden damit die kommen ah ich hab wieder einen da ist einer geil erfolgserlebnis zwei setzlinge das ist doch schon mal was wir noch mehr ja schön oh ja hier ist noch einer aber vielleicht liegt ja auf den anderen blittern auch was kann da sein bei den anderen bäumen hier oben drauf irgendwie so verstehst du warte ich mach mal hier grad den ausguck sieht nicht da noch aus schade ich hab aber noch eingekriegt gerade ok wenn das nur einen gibt wieso ja wäre schon schön wenn mehr hat da ist noch einer runter gekommen geil ja pflanzen mal wieder einen hier hinten oder wie machen wir das würde ich sagen mach den da weg und fällt keiner mehr runter war hm vielleicht spawnt noch aus einem einer die kaputthauen bringt's auch nicht oder wie doch aber guck mal grad so schlecht dran ne derzeit bis bis du da oben bist ja also nur einige sachen da oben da ist ein seil da oben warte mal was seh ich das grad richtig wenn man da nicht dran bekommt wenn man springt hm was dann man kann es schaffen blätter die man eigentlich nicht erreicht abzubauen ok so dann würde ich sagen richtung kapelle zurück oder nicht ja kathedrale nicht kapelle noch so gut ich habe jetzt zwei setzlinge die können wir da ja einbauen dann ne hm ich hoffe nur dass die uns keiner wegnimmt warte mal willst du ja einbauen lass uns die mit zur kapelle nehmen zur kathedrale ja zwei stück nehme ich mit mehr habe ich auch nicht hast du noch welche nein doch einen gut dann haben wir wenigstens drei da müssen wir auf jeden fall zorn drumrum bauen dass die keiner wegnimmt jetzt ist nur fraglich wo war der eingang zu der dingens hier U-bahn hier einfach mir folgen ok U-bahn abfahrt wieso steht da ein kaktus einmal hier eine fahrkarte gleich ziehen ja aber warte bis ich weg bin ja so dann kommt hier die Lohre ja das ist schon klar und balkonien war es da drauf einfach da wo die Lohre hinkommt balkonien oder wo war es da wo die Lohre hinkommt ich weiß nicht welches es ist bist du weg? da wo die Lohre hinkommt ja ja das Fazit soll man doch da drauf klicken oder nicht balkonien gut Knolle steht da noch m Timo Täuschung oder was liegt wahrscheinlich daran dass ich gerade auf dem Lohre bin und der das nicht verarbeitet den Kno ja hinter mir ist keiner meine Lohre fahrt zum Ende der Folge ok genau gut müssen wir noch weiter oder ist das hier die Mittelstation wo wir raus müssen äh weiter der fährt noch weiter ok joo dann sind wir gleich da und dann ja auch zu Fuß geht's zur Kathedrale weiter ne joo aber das könnten wir doch machen wenn die Folge vorbei ist genau so offscreen da hinlaufen ja genau das machen wir auch dann würde ich sagen was ist das mit dieser Folge recht herzlichen Dank fürs Zuschauen wir würden uns freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bis dann tschüss 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 tschüss